Am Samstag, den 28. Oktober, komme ich, Achim 60 Bogdan vom Zündfunk, hierher, nämlich ins Galeriehaus, zum Micha und dann machen wir hier eine Sendung, eine Stunde lang Radio, Bayern 2 Zündfunk, Stadtwerke mit Gästen von den Filmtagen und am Ende wird bestimmt auch Rothändler geraucht. Ich habe gesehen, ich habe da noch so eine Tafel stehen, Rothändler, sowas gibt es auch nur hier. Sowas gibt es auch nur hier, denn hier, das Galeriehaus, ist einfach der Kulturspot in Hof und wir haben halt auch noch Rothändler-Angebotstafeln, wer hat es schon noch, aber wir haben noch viel, viel mehr, kommt einfach mal vorbei, wenn der Achim hier seine Sendung macht und ich werde versuchen, euch den Abend zu versüßen. Genau und das Ganze kostenlos, ihr könnt zuschauen, wie eine Stunde lang Radio gemacht wird aus Hof. Macht's gut. Wir love you.